So, dann machen wir hier mal ganz sauber sprissig bei deinem Inside-Inzucht-Krankes-Game. So. Ah, vielleicht komm ich da runter. Komm, 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 komm. Ah, ganz knappe. So. Komm, 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 komm. Äh, das ist ein krasses Bild, yeah. Das sieht geil aus. Boah. Scheiße, ich bin nackig. Oh, shit. Hier, wollt ihr mal gucken, alle? Ah, ich hab eine geile Droh, aber... Oh, da rein. Äh, was ist denn das, Alter? Na, pfui, ey. So, wollen wir noch untertauchen hier? Alter. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Ah, das sieht jetzt schon mal schlecht aus. Hm, 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 hm. Da mal. Abziehen, die Scheiße hier. Da. Zwei von vier. Drei von vier. Boah, alter. Hat was ihr Ding jetzt eingesaugt, ey? Iiiiihihi. Kann nicht bewegen, ich sei ekelhaft. Hehehe. Jetzt werde ich euch die Scheibe einreißen. So. Gute. 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 Guten Tag. Gute. Gute. Ich mach ein bisschen noch que-me, Demi. Oh. Mann, Alter, bin ich heute wieder voll. Du willst mich aussperren? Bist du ja ganz sicher? Ich werde jetzt nämlich die Tür einreißen. Was hältst du denn davon? Ja? Genau jetzt. Ey, ich hab das euch gesagt, ey. Mann, sieht das geil aus. Yeah. So richtig stylisch, Alter. Jawoll. Yeah. Ja, seid ihr stark. Boah. Ja, schon. Oh. Einmal nach oben, bitte. Ist das ekelhaft, ey. Was gibt's denn da zu glotzen, Alter? Haut ab. Alter, bin ich voll heute, Alter. Einfach mal hier lang. Alter, fuck, da komm ich gar nicht hoch, ey. Egal. Egal. Gehen wir hier lang. Boah. Ich würde die Scheiße einfach mal abruppen. Und mitnehmen. Oh. Sehr schön. Jawoll. Oh. Ekelhaft. Ekelhaft. Einfach mal so rüber gleiten hier. Boah. Boah. Ekelhaft. Boah. 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 Esterrat, Alter. Du hast mich jahrelang verarscht, Alter. Jetzt hab ich die Schnauze voll mit dir, Alter. Jetzt kriegst du einen richtig, dicker, fettel Keller. Wie soll ich stehen, ey? So, gehen wir mal hier lang. Upsa. Oh, ist er hier stark. Dann komme ich da hoch. Äh, äh. Oh shit. Ah, kommt, Alter. Seid ihr zu blöde? Oh, komm, Mann. Ey, da. Ey, da, weg da, nach da. Ah, sehr schön. Drecksfücher hier, ey. Upsala. Wahrscheinlich brauchen wir das noch. Na, komm, noch ein Stück. Jawohl. Sehr schön. Oh. Er schwankt ein bisschen. Oh, scheiß drauf. Klopft, klopft, klopft. Klopft, klopft. Oh. Ah, komm, mach die Tür auf. Schade. Mach die Hütte auf. Dankeschön. Dankeschön. Boah, was ich da überhaupt drin, ey? Boah. Dadurch. Alles klar. Wird schon passen. Ich denke mir, wir können einfach mal da lang. Okay, warte, ist da ausgelöst. Ah. Oh. Schwimmen. Geil. Hm. Ihr Deppen, ey. Na, ich würd mal sagen, wir springen da mal ganz wie möglich rein. Ihr sollt da rein. Kann ja mal das hier reinschmeißen. Ach komm, nimm doch die Scheiße hier. Hm. Noch mal. Ja, Wolski. Ich bin doch nicht ganz blöder. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Oh ja, das werden wir mal richtig hier reinfeuern, das Ding. Upsala. Sesam, öffne dich. Alter, ich liebe das, ey. So, das nimm mal gleich mal mit. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt stellen wir mal da ein. Ah, warte mal. Ja, ich soll da hoch. Dankeschön. Boah. Ähm. Ja, gute Frage, jetzt. Dann mal. Hm. Wir stellen das doch mal hier hin. Hängt mir ein totes Fleisch da, ey. So, noch ein Stück. Komm. Jawollah. Ich denke mal, das muss so sein. Oh, schwabbel, schwabbel, ey. Kicken, da blöder, ey. Ja, hier sollt... Das ist mal nimm. Ja, aber nicht da hinschmeißen. Oh, das ist doch ein scheiß Hebel, den ich ziehen kann, aber wie zieht denn das, ey, mit so'n riesen Apparat hier, ey. Ah, sweet. der wäre ja mal hier ooooh ok noch mal bitte sehr schön oh ihr seid füße schon schön dunkel ab die scheiße weiß ich jetzt hier ab den scheiß der scheiß ich bewegt äh da oben ist Licht sehr schön ich würd sagen machen wir erstmal stop und machen danach dreckig und wierig weiter also rot darin bis dann